Sind Sie bereit, Ihre Sorgen hinter sich zu lassen und Ihren Leidenschaften zu frönen? Sind Sie bereit, in einen Unterwasserspielplatz einzutauchen? Oder einfach nur an einem von Hunderten von Flüssen zu faulenzen? Egal, auf was Sie Lust haben, in Dominika erwarten Sie unzählige Abenteuer. Willkommen auf der Naturinsel der Karibik. Dominika, das bestgehütete Geheimnis der Natur, ist von wichtigen Märkten wie Frankreich, Großbritannien, Deutschland, USA, Kanada, der Karibik und den französischen Antillen leicht zu erreichen. Mit diesen Fluggesellschaften werden Puerto Rico, St. Martin, Antigua, St. Lucia, Barbados, Martinique und Guadeloupe angeflogen. Sie sind nur einen kurzen Stopp vom Paradies entfernt. Wir sorgen für eine sichere und gastfreundliche Atmosphäre von der Ankunft bis zur Abreise. Aber zuerst gibt es ein Sicherheitsverfahren, das Sie durchlaufen müssen. Zuallererst müssen Sie 24 Stunden vor der Ankunft in Dominika einen Online-Gesundheitsfragebogen einreichen. Darüber hinaus müssen Besucher, die aus Risikogebieten einreisen, ein negatives PCR-Testergebnis hochladen, das Sie innerhalb von 24 bis 72 Stunden vor Ihrer Ankunft erhalten haben. Besucher aus der Curricom Bubble müssen keinen PCR-Test hochladen. Stellen Sie vor der Abreise sicher, dass Sie sowohl Ihren negativen PCR-Test als auch die Benachrichtigung über die Gesundheitsfreigabe für die Reise vorlegen. Sie sind gelandet. Nach dem Aussteigen müssen Sie Ihre Hände desinfizieren. Außerdem wird eine Temperaturkontrolle durchgeführt. Halten Sie für einen reibungslosen Ablauf alle Dokumente für Sie selbst und Ihre Reisebegleiter bereit. Dies beschleunigt den Prozess der Unterlagenkontrolle bei der Einreise. Als nächstes folgt ein Schnelltest. Gesundheitsbeamte werden den Test genau erklären. Die Ergebnisse liegen in 20 Minuten vor. Um Ihre Klassifizierung leicht zu identifizieren, wird ein farbiges Armband an Ihrem Handgelenk angebracht. Mit Ihrem Gesundheitszeugnis können Sie jetzt zur Einwanderungs- und Zollkontrolle gehen. Es ist fast geschafft. Als nächstes bringt Sie einen Begleiter in ein Covid-zertifiziertes Taxi. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Länderklassifizierung und Ihren vorab gebuchten Aufenthaltsort an. Jetzt kann Ihr Safe-in-Nature-Abenteuer beginnen. In Ihrer Safe-in-Nature-Unterkunft wurden bereits alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Jede Unterkunft verfügt über eine Liste mit Covid-zertifizierten Aktivitäten. Erreichen Sie auf einem unserer abenteuerlichen Wanderwege neue Höhen und genießen Sie die heilenden Mineralien in einer unserer zahlreichen heißen Quellen. Dominika ist wie ein Gemälde voller malerischer und faszinierender Landschaften. Entdecken Sie selbst, warum Dominika The Nature Island genannt wird. Besuchen Sie uns auf www.discoverdominika.com www.discovering.com www.discovering.com